In diesem Video zeige ich dir, wie du beim Quadrat eine Umkehraufgabe berechnen kannst. Und zwar berechnen wir hier beim gegebenen Flächeninhalt den Umfang. Die genaue Aufgabenstellung lautet, ein quadratisches Grundstück hat einen Flächeninhalt von 389 Quadratmeter. Und wir sollten eben den Umfang berechnen. Das können wir nicht direkt machen, sondern über einen Umweg. Und das führt uns zur Vorüberlegung. Wir berechnen in einem ersten Schritt mittels einer Umkehraufgabe die Seite A. Und erst dann, wenn wir die Seite A haben, können wir dann den Umfang berechnen. Und das machen wir jetzt auch gleich im ersten Schritt. Wichtig ist hier auch die richtige Formel zu verwenden. Und zwar haben wir beim Quadrat übersichtsmäßig drei Formeln, die wir verwenden können. Wir haben die diagonalen Formeln, die nützen uns hier nichts. Und dann haben wir zwei Formeln mit der Seitenkante A. Und wir müssen unbedingt diejenige verwenden, die hier steht, die zusammengefasste A hoch 2 Formel. Weil die andere Formel mit A mal A, die kann man nur verwenden, wenn wir ganzzahlige Werte haben. Während diese Formel hier immer für alle möglichen Ergebnisse verwendbar ist. In einem nächsten Schritt ersetzen wir die Variablen durch Zahlen. Aus der Angabe oben übernehmen wir, dass der Flächeninhalt 389 Quadratmeter beträgt. Und damit haben wir schon die Ausgangsgleichung gefunden. 389 ist gleich A hoch 2. Wir haben eine Gleichung mit einer Unbekannten. Und die Seitenkante A muss alleine stehen. Wie schaffe ich das hier? Ich muss das hoch 2 wegbekommen. Und das Gegenteil von hoch 2 ist die Quadratwurzel. Und ich ziehe auf beiden Seiten die Quadratwurzel. Hoch 2 und Quadratwurzel gleichen sich aus. Es bleibt also das A übrig. Und jetzt muss ich noch von 389 die Quadratwurzel ziehen. Und das mache ich mit dem Taschenrechner. Und erhalte als Ergebnis 19,72 Meter. Wer will, kann auch hier schon einen Antwortsatz schreiben. Die Seitenkante A ist 19,72 Meter lang. Das Ergebnis wurde auf zwei Stellen gerundet. Und jetzt kommen wir zum einfacheren Teil der Berechnung. Und zwar der Umfang. Hier müssen wir einfach nur die Formel hinschreiben. Die normale Formel für den Umfang vom Quadrat. Diese lautet U ist 4 mal A. Im nächsten Schritt ersetzen wir wieder die Variable durch die Zahl. Und zwar durch die Zahl, die wir vorher gerade berechnet haben. A ist ja 19,72. Und jetzt multiplizieren wir 19,72 mit 4. Und erhalten das gewünschte Endergebnis. Der Umfang des Quadrats beträgt 78,88 Meter. Hier würde ich unbedingt einen Antwortsatz schreiben. Der Umfang des Quadrats beträgt 78,88 Meter.